Ich bin Busfahrerin beim Jena Nahverkehr. Seit 2011 bin ich bei den Stadtwerken als Projektleiterin für die Baumaßnahmen des Zweckverbandes Jena Wasser und Stadtwerke Jena Netze tätig. Ich bin Architektin von Beruf und arbeite bei Jena Wohnen im technischen Management und bin dort für den Bestand zuständig. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für große Fahrzeuge. Ich habe Umwelttechnik studiert, um einen Beruf auszuüben, in dem Technik und Umweltschutz eine Rolle spielen. Ich habe schon immer eine Affinität zu Zahlen und zu konstruktiven Dingen und das Ganze gepaart mit Gestaltung fasziniert mich total. Mir gefällt der anspruchsvolle Stadtverkehr in Jena und die spannenden Geschichten mit den Fahrgästen. An meinem Beruf gefällt mir am besten die Errichtung von Bauwerken für die Zukunft und das in Zusammenarbeit mit einem tollen Team. Ich arbeite sehr gern mit meinen Kollegen des technischen Bereichs zusammen und die verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Arbeit fasziniert mich dabei.